Wir stehen hier vor der neuen Stahllofttür von Hörmann im modernen Industrie-Look, abgestimmt auf den aktuell neuen Wohntrend. Die Türe zeichnet sich aus durch eine filigrane, ausdrucksvolle, moderne Optik für lichtdurchflutete Wohnräume, wie zum Beispiel den Übergang zwischen Flur und Wohnzimmer oder dem Wohnbereich zur Küche. Ein einzelnes Element kann bis zu 5 Metern Breite und 4 Metern Höhe gefertigt werden. Auch kleinere Elemente sind erhältlich und können flexibel und formschön aneinander gekoppelt werden. Die Elemente sind erhältlich als ein- oder zweiflügelige Türen mit und ohne Seiten- und Oberteil, sowie als Glastrennwände. Als Klarglas setzen wir ein 6 mm Verbundsicherheitsglas ein. Wir bieten hier wahlweise zwei Glassprossenvarianten an. Zum einen eine Winkelglasleiste mit markant wirkendem Winkelprofil und eine noch etwas filigranere wirkende Slimglasleiste, bei der die aufgesetzten Sprossen eine Ansichtsbreite von nur 15 mm besitzen. Die Standardfarbe ist tiefschwarz-matt, zudem gibt es fünf Vorzugsfarben und auf Wunsch auch rahl nach Wahl. Es gibt wahlweise acht Drückermodelle, als Standard in schwarz, aber auch als Variante in Edelstahl. Ohne Rosetten heben diese die schmale Profilbreite besonders hervor. Auf Wunsch sind auch ein Einsteckrohrrahmenschloss mit Profilzylinder, sowie drei Griffstangenmodelle in den jeweiligen Türfarben erhältlich. Die angeschweißten 3D-Rollenbänder sind ebenfalls in den jeweiligen Türfarben oder alternativ in Edelstahl ausgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017